Familien sind unsere anspruchsvollsten Urlauber. Liebe Mütter und Väter, wenn ihr jetzt einen Urlaub für alle finden wollt, viel Glück. Das ist nämlich nicht einfach. Aber ich kann helfen. Schließlich habe ich schon einiges erlebt. Der bayerische Wald ist nicht bloß wunderschön, sondern auch abwechslungsreich. Hier also mein persönlicher Tipp an euch Familien da draußen, sortiert von ruhig bis aufregend. Fangen wir an bei der Aussicht. Beim Wandern oder generell im bayerischen Wald lohnt sich ein gezielter Blick über die Landschaft. Vor allem im Herbst, wenn dann der Nebel im Toi steht und die goldgelben Blätter mit der Sonne um die Wette strahlen. Ah, schön. Schaut mal noch drauf her. Rallfahren, Kanufahren und Wandern. Da gibt es eine große Gemeinsamkeit. Flüsse. An den Ufern sind die Radl- und Wanderwege ziemlich waagerecht, die Landschaft malerisch und das Gemeinschaftsgefühl maximal, wenn man gemeinsam in die Pedale tritt oder die Paddel schwingt. Ah, wenn man jetzt trotz Steigung reinfahren will. Überall im bayerischen Wald kann man sich E-Bikes ausleihen. Natur ohne Anstrengung genießen. Wir scheuten im dritten. Der bayerische Wald ist vollgestopft mit Actionangeboten. Kletterparks treiben die Höhenangst aus dem Körper. Jeder Schritt könnte gefühlt der letzte sein. Ist aber total sicher. Geschwindigkeit aufnehmen auf der Sommerrodelbahn, die Wiese umflügeln beim Bullkarten, den Waldentdecker beim Segway fahren. Na, von den Kindern kommt sicherlich kein Gequengel. Nur der einstimmige Ruf, noch mehr. Ihr seht, der bayerische Wald hat viel zum bieten. Und eure Entscheidung wird dadurch nicht leichter. Aber auf meinwaldurlaub.de findet ihr sicherlich das Richtige für euch und eure Lieben. Außerdem haben wir immer noch Hexendrachen, Ritterwildschweine und die bayerische Ananas. Musik